Was geht ab meiner Sicht weiter, ozuriya. Und heute dreht sich alles um den Free-to-Play-Physisch-Goku. Im japanischen Dokkan-Battle für das dreijährige Jubiläum gab es eine Kampagne, das war wirklich ähnlich dieser Goku an sich vom Aufbau her. Ist wirklich ähnlich wie der Agility Super Saiyan Gekidama Goku, den es damals in Global Balance gab. Denn wenn wir uns das Ganze angucken, er kam wie gesagt mit einer Kampagne, mit einer Stamina-Kampagne. Je mehr Stamina wir verbraucht haben in einem Zeitraum, und das läuft by the way noch, desto mehr Sachen bekommen wir. Wir sind nun momentan bei Step 5, heißt für uns, wir haben bis jetzt 14 von den Goku bekommen. 10, um einen auf SE 10 zu bringen, 4, um seine Dupes zu öffnen, und dann noch Medaillen, 7 Stück, um ihn zu awaken. Wie gesagt, das Ganze läuft noch, heißt, je mehr Stamina wir verbrauchen, desto mehr bekommen wir. Wir bekommen noch 3 Elder Kai, können wir erreichen bei Step 37, Dragonstones. Also spielt das Game ruhig weitgehend weiter. Aber wir werden uns dann quasi diesen Free-to-Play-Physisch-Goku anschauen, wie ihr am besten mit ihm hantiert und was ihr mit ihm macht. Denn, wir haben wie gesagt quasi, bekommen wir durch die Kampagne bis zu 14 Stück. Sollte jeder haben, in ihrer Charakterliste oder schon in ihrer Giftbox noch, heißt, ihr müsst auf jeden Fall einmal reingucken und ihn abholen. Heißt, was wir hier jetzt machen, ist auf jeden Fall, wir bringen erstmal einen hoch auf SE 10. Ihr nehmt einen Goku, wie ich zum Beispiel, und tut, benutzt die allen anderen Gokus, die wir bekommen haben. Wundert euch nicht, da sind jetzt nur 3 weitere bei mir, der Rest ist in der Box. Heißt, ihr könnt ihn dann ganz so hoch auf SE 10 bringen. Wir sehen, ich benutze 3 Stück, also steigt seine SE natürlich von 1 auf 4, weil wir hier 3 Stück verwenden, die jeweils 100% geben. Und genau, dann würde ich sagen, lasst ihn mich erstmal, so wie er ist, auf SE 10 bringen. Heißt, ich hole die aus meiner Box und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, an der Stelle, Leute, wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, dass ihr beim Training aufpassen müsst. Wie ihr seht, wir bekommen ja 14 Stück, heißt, ihr müsst aufpassen, dass ihr manche nicht verschwendet. Meiner ist jetzt auf SE 8, okay, wenn ich hier drauf klicke, sehe, okay, jeder gibt 100%. Ich klicke einmal hier drauf, einmal hier drauf, bam. Beim letzten verschwindet es dann, warum? Denn dann, er ist schon durch 2 Stück auf SE 10. Wenn ich den letzten jetzt noch benutzen würde, wir sehen, beim letzten ist keine 100%, dann hätte ich ihn verschwendet. Obwohl das unser Dupe ist. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall immer aufpassen, bei welchem Charakter, den ihr trainiert. Achtet auf sein Level und achtet darauf, wie viel ihr ihn geben müsst, damit er noch auf SE 10, SE Max kommt. Heißt, ich klicke hier nur 2 an statt 3. Moment. Hier, den nehmen wir. Und dann klicke ich 2 statt 3 an, weil sie sonst einen verschwenden würde. Also passt darauf auf. Ich mache kurz weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, da sind wir zurück und wir sehen an der Stelle, er ist beim SE 10. Heißt, ich habe 9 Stück von ihm genommen, ihm sein SE getan, in einem, so kam er auf SE 10. Dies darum heißt, ich habe 4 Stück übrig. Ich habe ihn auch schon auf UR gebracht, denn nun schauen wir uns sein Dupe an. Nun haben wir, wie gesagt, 4 Stück übrig. Diese benutzt ihr, Leute, bitte für die Dupes. Ja, dafür sind sie da. Heißt, ihr klickt einmal hier hin und öffnet die Dupe-Pfade im Moment. Geht hier drauf. Zack. Und da sehen wir, wir haben die 4 Stück, die wir benutzen, um die Dupe-Pfade natürlich zu öffnen. Vergesst das bitte nicht, Leute. Okay, an der Stelle. Genau, öffne ich erstmal die Tore und dann werden wir ihn gleich noch Dukan awaken und uns anschauen, was er denn so drauf hat. Wir werden uns die Karte selbst angucken. Ja, sein Liderskill, seine Sets, Passive und so weiter und sofort das Rundown. Und dann nehmen wir ihn natürlich in den Showcase, gucken, wie viel Schaden er macht, wie viel Schaden er tankt und so weiter und so fort. Aber genau an der Stelle gehen wir dann rüber zum Awaken und zwar haben wir die 7 Medaillen bekommen. Wie gesagt, alles durch die Kampagne, alles Free-to-Play. Und dann wird er zu dem komischen Goku, dem witzigen Goku, sag ich mal. Dann gucken wir uns mal an, was er so drauf hat, dieser Dude. Dann werden wir erstmal awaken und die Pose ist echt. Also ist auf jeden Fall witzig. Das ist der Goku, der quasi trainiert, bevor er nach Namek aufbricht. Genau, beziehungsweise, wo er schon auf dem Weg ist. Cool, okay. Dann würde ich sagen, wir schauen uns ganz kurz mal an, was kann jetzt nun dieser Dude. Außen vorweg erstmal sein Liderskill. Er gibt Ki-Plus-3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%, wenn die HP 30% oder drüber sind. Also er ist kein typischer Lidder, sag ich mal. Seine Super-Attack macht Supreme Damage und er erhöht seine Verteidigung für 30% für 3 Runden. Seine Passive ist sehr interessant. Denn sein Angriff und die Verteidigung kann sich zu einem Maximum von 120% erhöhen. Das ist davon abhängig, wie gering die HP sind. Je weniger Leben wir haben, desto höher ist der Boost und der Boost ist bei einem Maximum von 120%. Ist wirklich interessant. Werden wir gleich sehen im Szenario und im Kampf, wie sich das Ganze ausübt in seinem Showcase. Zudem aber, wenn unsere HP einmalig unter 10% fallen, also kurz vorm Note quasi, hielt er sich komplett einmal. Also okay, das ist quasi eine Passive, die mit seiner eigenen HP spielt. Ist interessant auf jeden Fall. Links hier haben wir Sie weiter. Dann an der Stelle, wie gesagt, lasst mich ihn kurz auf Max-Level bringen und dann sehen wir uns in dem Szenario, in dem Showcase. Bis gleich. Gut, an der Stelle habe ich ihn auf Max-Level gebracht, aber ich habe im Dupe-System kein Orb für ihn benutzt, damit wir, also seine Sets nicht geboostet, damit er so bleibt, wie er ist quasi. Damit wir seinen neutralen Schaden sehen. Und wir sehen schon, HP kommt fast an 10.000 ran. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist auf jeden Fall ein guter Wert. Attacks in 8.000 ist auch auf jeden Fall solide. Und die Verteidigung bei 4.000. Wir sind natürlich in einem Double-Grotank-Slead. Heißt, er bekommt zweimal 120% auf jeden Attribut und Ki plus 3 zweimal. Wir werden bei Ki plus 6 240% auf alles. An der Stelle, wir haben volles Leben. Wir haben volles Leben. Heißt, wir sollten eigentlich keinen Boost auf unseren Angriff und unsere Verteidigung bekommen. Diesmal heißt, kurz mal die Stats angucken, er hat jetzt 38.000 Angriff, 16.000 Verteidigung circa. Wir haben ihn gelinkt mit dem Super Saiyan Goku. Warum? Denn er gibt ihm zwei seiner Damage-Angriff-Links-Skills. Und zwar ist einmal Seafight, also es 15% gibt. Und zum anderen hat er Kamehameha, was er 2.500 gibt, wenn er ultiert. Da fehlt halt quasi nur, was ihm noch weiter Angriff geben würde. Turtle School, das wären weitere 500 auf Angriff. Ein konstanter Boost. Darauf verzichten wir, sage ich mal vorsichtigerweise. Aber, wir sind jetzt erstmal hier. Wir haben Typenvorteil, wir haben volles Leben. Heißt, wir sollten keinen Boost bekommen. Wir gucken jetzt erstmal quasi, wie ist sein Schaden ohne jeglichen Boost-Einfluss. Also, was meine ich mit Boost-Einfluss? Seine Pass ist hier quasi nicht getriggert. Wir wissen, je weniger HP wir haben, desto mehr ist unser Angriff und Verteidigungs-Boost. Okay, wir tanken trotzdem. Also, ja, okay. Einreißschaden durch so ein Enemy macht natürlich nichts. Aber, wie ist unser Schaden? 353.000. Nicht schlecht. 353.000. Hier ist natürlich die Frage. Wir haben volles Leben. Die Passive fungiert so. Je weniger Leben wir haben, desto höher ist unser Boost. Bei einem Maximum 120% auf Angriff und Verteidigung. Wie ist es beim vollen Leben. Ist es dann quasi 0 und wird dann immer, wenn wir weniger Leben haben, wird es immer mehr 120? Ich denke, ja. Also, vielleicht ist es auch nicht der Anfangswert 0. Aber eigentlich schon. Weil es ist quasi ein guter Anfangswert bei vollem Leben. Und je weniger Leben wir haben, desto höher wird unser Boost. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle versuche ich mal ein bisschen weniger Leben zu kommen. Und dann gucken wir uns den Schaden mal dann an. Bis gleich. Alles klar. Hier haben wir schon ein bisschen weniger Leben. Wir sind unter 80%. Es ist schwer, sowas Show zu caseln. Deswegen versuche ich mal Step by Step zu gehen. Das wäre jetzt quasi mein nächster Schritt. Ich sag mal so, das wäre so quasi ein Normalwert. Wenn wir uns darauf einigen können, wie es im Kampf verläuft. Man hat ja nicht immer Full Life. Sondern so ungefähr 80, 50 bis 80% sag ich mal ist im Normalfall. Wenn man unter 50 fällt, dann will man sich ja healen. Deswegen betrachten wir diesmal als neutralen Fall. Gucken wir mal seinen Angriff an, wie ist er jetzt. Jetzt ist er auf jeden Fall höher. 45.000, davor waren es ungefähr 36.000. Verteidigung ist 19.000. Im nächsten Szenario werde ich dann versuchen, wirklich so wenig wie möglich HP zu gehen. Wir müssen da knapp über 10% sein. Weil wir uns dann mit ihm healen, durch die Passive. Aber dann würde ich sagen, gucken wir uns mal seinen Schaden an. Szenario ist immer noch gleich. Selbes Team, selbe Linksgezink, gechiggert. Typenvorteil wieder. Und dann gucken wir mal an, wie unser Schaden jetzt ist. Davor war es bei ungefähr 330.000. Und okay, gucken wir jetzt mal, wie es jetzt ist. 280.000 hatten wir schon jetzt, okay. Und mit der Ulti sind es dann 425.000. Okay, fast 100.000 mehr Schaden als zuvor. Gar nicht mal so schlecht. Alles klar. Dann würde ich sagen, GroDengs macht hier seinen Job. Und ich bereite hier so lange mal das letzte Szenario vor, in dem wir sehr wenig Leben haben. Und gucken mal, wie sich das Ganze dann auswirkt. Bis gleich. So, perfekt. Wir sind an der Grenze des Todes. Lasst mich ganz kurz erklären, was hier abgeht. Selbes Team, selbes Szenario heißt, wir haben wieder dieselben Linksgezink, dieselben Leaderboosts. Aber wir wissen, je weniger Leben er hat, desto mehr Angriff und Verteidigung bekommt er. Ich habe darauf geachtet, dass ich ein bisschen über 10% bin. Weil wenn er unter 10% fallt, dann heeht er sich. Und wir sind im Bossdash-Event. Das macht nichts. Das ist das erste Stage. Da haben die Gegner, sag ich mal, nicht so hohe Verteidigung. Das heißt, wir machen dennoch guten Schaden. Ja, und unser Schaden wird nicht gedämpft, sag ich mal. Sein Angriff ist so quasi, das sollte jetzt mehr oder weniger bis an 120% sein, Angriff und Verteidigung. Wir haben 66.000, das ist schon auf jeden Fall ein Anstieg. 37.000 Verteidigung, fast 38.000. Ich werde mich natürlich healen an der Stelle, dass wenn ich mich jetzt heele, dann verliere ich den Boost nicht. Der hält für die ganze Runde. Also verwechselt das nicht, das ist immer so. Wir sehen, okay, Angriff, Verteidigung ist alles noch gleich. Heißt, wir werden jetzt zum einen sehen, wie gut er tankt. Das ist klar, wir haben Typenvorteil. Und das wird unser Schaden quasi noch mehr betonen. Und zum anderen, wie sein Schaden jetzt sein wird. Und vergesst nicht, im Dupe-System ist er nicht vorangebracht. Heißt, das sind seine Neutralenwerte, die wir hier jetzt sehen. 129, okay, das ist auf jeden Fall sehr tankig geworden, wissen wir. Und sein Schaden ist 600.000. 600.000 sind sehr solide, da bin ich sehr mit zufrieden, Leute. Denn, ähm, er ist ein Free-to-Play-Unit. Der auf 600.000 Schaden kommt, ist wirklich, ist solide. Sollte mich unterschätzen und an der Stelle betone ich es wirklich wieder. Im Dupe-System ist nichts angefasst. An der Stelle, wenn ihr mich fragt, würdest du ihn auf 100% bringen? Nein. Denn, spart an der Stelle eure Physisch-Orbs. Auf jeden Fall für viel bessere Physisch-Charaktere. Er ist ein Free-to-Play-Unit, bringt ihn, wie ich es gemacht habe, auf SC10. Öffnet alle seine Dupes. Ihr könnt ihn so weit bringen, im Dupe-System, wo ihr ihm zum Beispiel Level 15 Crit gebt. Level 11, additional attack. Das würde ich bei ihm gehen als Physisch-Charakter, ähm, um das ein bisschen zu verstärken. Aber 100% muss nicht sein. Aber, Potenzial ist bei ihm auf jeden Fall da. Die Sache ist bei dem, als, ja, man muss wieder Passage spielen. Je weniger leben, desto besser für uns. Wir dürfen nicht vergessen, dass es noch den Heal-Faktor hat. Das können wir auch mitnehmen, vielleicht für Super Battle Roads. Aber ansonsten ist es wirklich solide, also gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Gut, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.